Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner, mein Name ist Corinna Kamphausen. Ich bin Geschäftsführerin von Eyes and Ears of Europe. Das ist ein Verband für Design, Promotion und Marketing in den Audiovisuellen Medien. Und wir sitzen hier mitten in Köln. Köln ist natürlich die Medienstadt schlechthin. Wir freuen uns, dass wir normalerweise alle Kreativen aus Europa hier nach Köln einladen können. Wir machen normalerweise Kongresse, wir machen Veranstaltungen, wir machen Workshops, um unsere Branche weiterbilden zu können. Ja, nur momentan, ich sitze ganz alleine hier in unserem Office, hier in unserem Büro. Aber ich hoffe, dass wir ganz bald es wieder schaffen, alle unsere lieben Kollegen hier nach Köln, in meine Heimatstadt, in die Medienstadt Köln, wieder einladen zu können. Und ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben.